Heute zeige ich euch den vielseitigen Endersurban Tischgrill. Dieser kompakte Gasgrill ist perfekt für Grillen, Kochen und Backen. Mit seinen zwei getrennt regelbaren Edelstahlbrennern und einer Leistung von je 2,2 kW könnt ihr direkt oder indirekt grillen und sogar backen. Der Grill verfügt über einen massiven, emaillierten Gussrost mit integrierten Flammabdeckungen und einer Arbeitshöhe von 3 und 20 cm. Die stabilen, verkromten und abnehmbaren Topfroster sind super praktisch für die Zubereitung von Beilagen oder zum Warmhalten von Speisen. Besonders cool ist, dass der Urban Gasgrill sowohl mit einer Gasflasche als auch mit einer Schraubkartusche betrieben werden kann. Das bedeutet maximale Flexibilität für eure Grillabenteuer, egal ob auf dem Balkon oder beim Camping. Und dank des integrierten Grillthermometers habt ihr die Temperatur immer im Blick. Der Enders Gasgrill Urban ist der perfekte Begleiter für alle Grillfans, die auch unterwegs nicht auf leckeres Grillgut verzichten möchten. Schaut euch diesen großartigen Tischgrill an und überzeugt euch selbst von seiner Leistung und Vielseitigkeit. Viel Spaß beim Grillen!